Dieser Mercedes-Benz B170 ist hier zum Verkauf angeboten. Die schwarze Limousine ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 60.000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2009. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Einparkhilfe, Tempomat, Regensensor, elektrische Fensterheber und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 116 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,1 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. 0 latticeigen Siem Trofen 0 bzw. 155 PS an das Automatikgetriebe ab. 0 czas an bauten Siem Trofen 0 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020